Wie sie das mächtige und wirksame Werkzeug One-on-Ones kaputt optimieren können. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Leben für ein Podcast Episode 266. Die kürze ich ab mit LF266. Neuigkeiten, Feuerwerk nimmt kein Ende. 2020 startet ja so richtig, richtig cool Rackenrollen. Letzte Woche hat der Merchandising-Shop seine Fortune geöffnet. Und ich war ein bisschen vor den Socken, wie gut der angenommen wird. Offensichtlich haben noch eine ganze Menge mehr Leute Spaß an so ein bisschen Spaß. Das ist, also kleiner Insider, das ist, also die Shop-Seite ist aktuell. Also Dezember und Januar, Dezember 19 und Januar 2020. Die Seite mit bei weitem den meisten Aufrufen. Gut, jetzt war das ein bisschen dröge Zeit. Aber das finde ich ja schon beeindruckend. Also da ist so eine, da ist so eine deutliche Treppe in der Web Analytics zu sehen. Sehr cool. Wenn Sie nicht genau wissen, weil Sie heute das erste Mal eingeschaltet haben. By the way, gute Entscheidung. Herzlich willkommen im Leben führen Podcast. Dann springen Sie nachher rüber auf leben-führen.de, sobald Sie den Browser zur Hand haben. Und da finden Sie dann ganz oben in der weißen Headerbar schon den Eingang zum Fun-Shop. Und ich habe schon, also seit der letzte Woche gestartet ist, ich weiß gar nicht, sechs oder sieben andere Produkte sind schon dazugekommen auf Vorschlag von Hörerinnen und Hörern. Sehr, sehr cool. Also aus dem Ding können wir gemeinsam, also so richtig so den Gaudi machen, den wir haben wollen. So, die, wir sind am Arbeiten. Was für eine Überraschung. Wir sind hart am Arbeiten, sodass im Februar ein neues Projekt startet. Wenn Sie jetzt schon ein bisschen länger dran sind, then you may not be surprised if I give you the little hint. The internal name of that project is called Phoenix. Yes, like the bird and the greek and the ashes. Und wenn Sie jetzt ein bisschen neugierig sind, ja, in zwei Wochen geht es los. Wenn Sie direkt wissen wollen, was da losgeht, dann leben-führen.de und da in die E-Mail-Liste eintragen, weil ich werde, wir sind jetzt das ganze Ding so weit gediegen. Ich habe die letzten zwei Wochen gebraucht, um das gerade zu dengeln, also um alles heile zu machen. Das wird nächste Woche in der E-Mail-Liste gelauncht und das wird wieder lustig. Das wird cool. Ja, Sie werden es sehen. Sie werden es sehen. Und wer schon gesagt, wer schon ein bisschen länger dabei ist, weiß, dass ich so, da habe ich eine Schachte auszuwetzen und die wetzen wir jetzt aus. So, genug Rumgeheimnis. In der heutigen Episode geht es um One-on-Ones und das ist eine Art von Mitarbeitergespräch und zwar das wirksamste Mittel, um Vertrauen aufzubauen zwischen Ihnen und Ihren Mitarbeitern. Und zwar in beide Richtungen. So, falls Ihnen One-on-Ones noch nicht so viel sagt, dann empfehle ich einmal rüber zu hüpfen auf leben-führen.de und da auf der Webseite entweder oben in die Suche eintragen oder Sie finden den Punkt One-on-Ones sehr prominent auf der Webseite. Schlicht, weil das eins der wichtigsten Tools ist und aus meiner Sicht auch eins der ersten Tools, die Sie einführen wollen. Und wenn Sie jetzt eine Abkürzung suchen, um One-on-Ones, also die ganze Methodik der One-on-Ones, wofür Sie gut sind und wie Sie eingeführt werden, auf der Überholspur sich anzueignen, dann bleiben Sie dran. Dann habe ich ganz am Ende der Episode noch was für Sie. Heute gibt es eine Antwort auf eine Hörerfrage vom lieben Alex. Sie erinnern sich, dass ich eine ganze Zeit lang oder dass ich mit dem Pitch unterwegs war und bin, in immer weniger Zeit immer mehr erreichen. Genau zuhören. Darum geht es jetzt. Die Frage von Alex geht in die Richtung, er ist Führungskraft, klar, jetzt wird es ein bisschen seine Gruppe umorganisiert. Und er ist, also ich baue uns das Setup noch ein bisschen auf. Sie führen den Bereich in einer Doppelspitze, also der Bereich hat da noch Teams. Und er sagt, dass sein Co-Pilot, naja, so ein bisschen klassischer unterwegs sei. Okay, fein. Also eine Abteilungsführung in Doppelspitze. Einer ein bisschen klassisch und der andere ein bisschen wirksam, hätte ich bald gesagt. Also Alex ist Leben führen, Hörer der ersten Stunde. Und jetzt organisieren die um und bauen Teamleiter darunter. Auch diese Teamleiter sollen dann wieder eine Doppelspitze werden. Also Senior und Junior. Gut, fein. Und jetzt ist die Frage, also Alex macht bereits One-on-Ones mit seinen Mitarbeitern sehr erfolgreich und sein Beifahrer eben nicht. Also der Herr, der das wohl im Klassischeren macht, führt wohl keine One-on-Ones durch. Und jetzt kommt die Frage. One-on-Ones sind ja, wie der Name sagt, One-on-Ones. Jo, stimmt. Gut aufgepasst. Nun wären in der Konstellation Two-on-Ones, also zwei Abteilungsleiter mit zwei Teamleitern am effizientesten. Aber vermutlich nicht sehr effektiv. Vielleicht hast du dazu ja Gedanken. Ja, habe ich, Alex. Also nochmal. Wir gucken jetzt hier so ein bisschen auf Zeit optimieren. Das sind zwei Abteilungsleiter, die jeweils immer ein Doppelpack an Teamleitern führen. Und es ist total egal, wie viele das sind. Und jetzt, wie machen wir jetzt One-on-Ones? Würde der eine Abteilungsleiter mit beiden One-on-Ones machen, könnte man jetzt die Rechnung so aufmachen, ein One-on-One pro Woche, halbe Stunde, dann wäre das eine Stunde. Wenn er die beide zusammen am Tisch hätte, wäre das nur eine halbe Stunde. 50% Effizienzgewinn. Nein, so geht es nicht. Wir gehen nochmal zurück an den Anfang. Immer wenn Sie glauben, Sie können One-on-Ones optimieren, machen Sie es nicht. Was ist der Grund für One-on-Ones? Der Grund für One-on-Ones ist es, die Beziehung zwischen Mitarbeiter und Führungskraft zu verbessern. Die Beziehung zwischen Mitarbeiter und Führungskraft zu verbessern. Das geht unter vier Augen gut. Also so gut, wie es irgendwie nur geht. Geht das im Vierer-Setup, wo am besten noch ein Abteilungsleiter dabei sitzt, der, Zitat, klassisch führt, was auch immer das heißt. Also dem diese ganze Vertrauenskiste noch gar nicht so klar ist, der halt glaubt, er schreit lauter, dann machen die mehr. Mit dem alleine im One-on-One wird es ja schon ein Ding werden. Also der jetzt quasi als, wenn der da irgendwie als Beisitzer damit bei ist. Weil der das Setup wahrscheinlich zu Anfang gar nicht so richtig drauf hat. Wenn der ein Relater ist oder mindestens mal ein Expresser ist, dann wird er das schon verstehen. Also wenn er so ein People-Typ ist, dann wird er das schon verstehen. Wäre er einer, hätte er aber selber schon One-on-Ones gemacht. Dementsprechend entnehme ich, dass er vielleicht dann doch eher ein Analyzer oder ein Director ist. So, wenn das der Fall ist, dann sitzt er da und verdürmert seine Zeit. Der ist also schon nicht unbedingt der beste aller Beisitzer in so einem One-on-One. Also wenn wir mal so eine Dreier-Konstellation zusammen nehmen. So, jetzt sitzt ihr beide da, also die beiden Abteilungsleiter und dann die beiden Teamleiter. Ja, das kann man machen, um so einen Status-Austausch zu machen. So ein Weekly-Update oder so. Geht's schneller und dann macht es schon Sinn, wenn die beiden Abteilungsleiter und die beiden Teamleiter Dinge gemeinsam miteinander teilen. Also alles, was fachlich ist, würde ich sagen, macht das Setup ziemlich viel Sinn. Plus, gerade wenn es um so eine Junior-Senior-Konstellation auf so einer Rolle geht, also auf der Teamleiter-Rolle geht, dann macht das absolut Sinn, wenn man beide am Tisch hat, damit sich nicht einer ausgegrenzt fühlt. Aber da geht's nicht um Relationship. Da geht es nicht um Relationship. Da geht's um Austausch. Da macht das Sinn. Informationsaustausch. Jetzt nochmal zurück, One-on-Ones. Das Ziel von One-on-One ist es, den Grad von Vertrauen zu erhöhen. Zum Vertrauen erhöhen brauche ich zumindest am Anfang einen geschlossenen Raum, geschützten Raum. Das wird ja ganz zu Anfang, wenn Sie neue Teams übernehmen, die können Ihnen nicht vertrauen. Also die kennen Sie nicht und Leuten, die ich nicht kenne, kann ich nicht vertrauen. Klar, so einfach. Sie gehen erstmal mit Vertrauen in ganz viel Vorleistung, so viel wie es irgendwie geht und dann folgen die Mitarbeiter. So, wenn ein Chef nicht in Vorleistung geht, in Vertrauen kann er auch kein Vertrauen einfordern. So einfach ist das. Je nachdem, wie das Setup da jetzt ist. Die Mitarbeiter, die mit Alex schon One-on-Ones machen, mit denen ist wahrscheinlich schon ein gutes Verhältnis da. Jetzt sitzen die beiden da und jetzt sind noch zwei neue dabei. Das ist ja nicht mehr die gleiche Atmosphäre. Vorher war es Alex und Person, also die jetzt Teamleiter geworden ist und die beiden machen das schon seit der ganzen Zeit. Und die wissen, was geht und was nicht geht, wie der andere tickt und was nicht tickt. So, jetzt kommt ein dritter und ein vierter damit zu. Das funktioniert schlicht nicht. So wird Vertrauen nicht aufgebaut. Sie können dem, denke ich, sehr gut nachfühlen, wenn auf einmal eine andere Person, eine weitere Person in so einem Raum ist. So, das geht überhaupt, aus meiner Sicht überhaupt, so können sie nicht Vertrauen aufbauen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also geht vielleicht schon, aber dauert dann halt irgendwie Jahre. Das macht ja auch überhaupt keinen Sinn. Es ist schlicht, Alex hat es auf den Punkt gebracht, das ist sehr effizient, aber absolut nicht effektiv. Es kommt nichts bei raus. So, es kommt nichts bei raus. Die ganze Sache kann sogar noch schlimmer werden, wenn beide damit bei sind. Also alle vier sitzen jetzt in dem Raum. Und da können wir uns ja alle Arten von zwischenmenschlichen Horrorszenarien ausdenken. Und ich meine jetzt Horrorszenarien nicht, dass da einer die Axt auf den Tisch legt, sondern was da laufen kann. Es können Machtspielchen passieren. Die Teamleiter versuchen auf einmal dieses, wer ist der größte Schleimerspielchen beim Chef, weil der Chef voll darauf einsteigt. Der Senior gibt den großen, erfahrenen Silberrücken und der lässt dann den Junior das One-on-One machen. Ha, 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 ha. Jetzt ist die Zeit aber rum, jetzt können wir wieder Arbeit hingehen. Jo, es funktioniert alles nicht, es funktioniert alles nicht. One-on-Ones zu viert funktionieren nicht. One-on-Ones zu mit mehreren, richtige One-on-Ones zu mehr als zwei Leuten rate ich dringendst von ab, weil sie nicht funktionieren. Es ist ein geschützter Raum, es ist ein geschlossener Raum. So, jetzt nochmal liebe Führungskräfte. Immer wenn Sie glauben, Sie können an einem Setup von einem One-on-One was optimieren, zucken Sie instinktiv zurück, als halten Sie geradeaus, weil Sie sind auf die heiße Herdplatte getitscht. Weil alles, was Sie optimieren, ist aus Ihrem Kopf rausgedacht, mit Ihrem Terminkalender, mit Ihren Gedanken, die Sie im Kopf haben. Sorry, aber es ist nicht Ihr Gespräch. Das One-on-One ist das Gespräch Ihrer Mitarbeiter. Wenn Sie also optimieren wollen, fragen Sie Ihre Mitarbeiter, ob das, was Sie da gerade als schlaue Idee haben, für die eine coole Idee wäre. Und wenn die Mitarbeiter pfiffig sind, sagen die ja, es ist also auch kein sinnvolles Thema. Das ist die Zeit, die Ihre Mitarbeiter mit Ihnen haben. Sie haben alle Zeit der Welt. Sie können 40 Stunden in der Woche zu Ihren Mitarbeitern gehen und die lassen sofort alles stehen und liegen, weil der Chef kommt und eine Frage hat oder eine Aussage hat. Klar, so funktioniert die Hierarchie. Die Mitarbeiter aber nicht. Die Mitarbeiter haben vielleicht eine halbe Stunde die Woche. Und jetzt sind wir wieder bei Wertschätzung und all den Themen, die wir im Bereich One-on-One schon immer so gerne haben. Also warum die One-on-One so wirksam sind. Die Mitarbeiter haben diese halbe Stunde. Diese halbe Stunde, die ist für die Mitarbeiter da, nicht für die Führungskraft. Deswegen fangen die One-on-One so an, wie sie anfangen. Nämlich 10 Minuten Mitarbeiter, dann erst 10 Minuten die Führungskraft, dann 10 Minuten beide zusammen über die Zukunft. Und es wundert mich nicht, wenn ganz zu Anfang das eine halbe Stunde Mitarbeiter ist und dann 10 Minuten sie und dann ist die Zeit auch rum. Alles gut. So funktioniert das. So baut sich das Ganze langsam auf. Nicht zu viert. Nicht zu viert. So, meine Gedanken zum One-on-One zu viert. Und da können wir, wie gesagt, gleich dran schreiben. Alles, was Sie an Optimierung, an diesem Werkzeug One-on-One haben. Seien Sie super, super skeptisch, weil es ist, Sie sind nur der Einlader. Es ist das Werkzeug für die Mitarbeiter. Es ist das Werkzeug für die Mitarbeiter, aus der Brille betrachten. Und jetzt habe ich ein paar Dinge gesagt, wie das One-on-One nicht geht. Und ich kann Ihnen auch beschreiben, wie das One-on-One richtig gut geht. Und zwar in einer Form, dass Sie dieses Werkzeug, was es ist, was eins der wichtigsten und wertvollsten Werkzeuge ist, die wir haben in unserem Werkzeugkasten, richtig, richtig, richtig einfach schnell meistern können. Alles Weitere dazu finden Sie auf lebens-führen.de. Es gibt dazu nämlich einen Audiokurs in der Autocademy. Die Autocademy ist das, was jetzt gerade entsteht. Und da können Sie sich die Leadership-Werkzeuge der Reihe nach selber drauf schaffen, ohne dass Sie irgendwo hinfliegen oder hinfahren müssen und ohne dass Sie aus dem Geschäft raus müssen. Das geht auf der Audiospur oder Sie können es lesen, wenn Sie wollen. Und die Hauptidee dabei war, Wissen aus der Praxis für Sie, für die Praxis so aufzubereiten, dass Sie sich diese einzelnen Werkzeuge der Reihe nach reintun können und die dann direkt umsetzen können. So, und jetzt kommt das Angebot zum Start dieses One-on-One-Kurses, gibt es einen Gutschein. Und zwar über satte 51 Euro. 51 Euro geht es runter. Und zwar ist der Gutschein gültig bis zum 27. Januar 2020. 20 Uhr. Das ist nächster Montag. Das heißt, ich werde nächsten Montag in der Episode noch mal kurz darauf hinweisen. So, der Gutschein, den geben Sie natürlich wie gewohnt quasi am Checkout ab. Oder ein, vielmehr. Es ist eine Buchstaben-Zahlen-Kombination. Und wer hätte es gedacht? LF-266. LF groß geschrieben. 266 als Zahlen. Also es sind fünf Characters. LF-266. Damit gibt es auf den One-on-One-Kurs bis zum nächsten Montagabend 51 Euro Rabatt. Das ist so mein kleines Geschenk für die Leute, die schon, also die zum einen jetzt bis zum Ende gehört haben. Und weil ich ganz, ganz, ganz happy bin, dass wir endlich einen neuen weiteren Kurs in der Auto-Academy haben. Die füllt sich stetig und der One-on-One-Kurs war eine etwas schwerere Geburt. Naja, so. Damit beende ich die Episode für heute. Haben Sie eine großartige Zeit. Wunderschöne Woche. Ich wünsche Ihnen was. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski. Und bleiben Sie in Führung.